Hey! 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 Do you really feel me? Do you really feel me? Darf ich heute bei Maxi schlafen? Ach, heute nicht, Luise. Bitte. Du weißt doch, wir haben das nicht so gern, wenn du so oft bei dir willst. Aber das ist mein bester Freund. Wir haben ja auch nichts gegen Maxi. Der kann gern mit zu uns kommen. Maxis Eltern, ne. Ich hab's einfach lieber, wenn ihr bei uns spielt. Und Maxi tut das auch ganz gut, wenn er mal ein anderes Umfeld kennenlernt. Frag doch mal deine Eltern, ob du mitkommen kannst zu uns. Nein. Aber Maxis Katze hat Jünger gekriegt. Ich will die kleinen Katzen sehen. Na gut. Aber nicht mit übernachten, okay? Was guckst denn? Du kannst ja auch mal was haben. Ich weiß nicht, ob ich das so befinde, dass unser Kind ständig bei diesen Leuten ist. 200.000! 200.000 sind zu Intergenzen, hab ich doch gesagt. Wenn irgendwas ist, dann ruf an, Luise, okay? Ich mein, was kriegt sie denn da für Werte vorgelegt? Ja, wir fangen bei 500.000 an und dann muss ich dir das jetzt wirklich alles noch erklären? Ich sag dir, Meier weiß es nicht. Der geht von 300.000 aus. Das ist es nicht zumal. Das ist nicht zumal. Untertitelung. BR 2018